Musik Grundsätzlich natürlich Sport auf hohem Niveau, aber nichtsdestotrotz ist das Ganze drumherum hier gerade im Walde ganz, ganz wichtig. Und diese Schiene sind wir auch eingeschlagen und ich glaube auch, dass wir in der gesamten Turnierlandschaft haben wir eine Nische gefunden, dass wir versuchen, Sport mit diesem familiären, gesellschaftlichen Charakter zu verwenden. Mit all den kleinen Veranstaltungen, den Verbesserungen. Das beginnt bei der Shoppingmeide, die sich in den letzten Jahren wirklich zu einer sehr schönen Mall ausgeweitet hat. Und dass man hier tatsächlich neben dem Sport auch so viele andere Dinge machen kann. Wie gesagt, die Ausstellermeide ist jetzt das Kinderdorf, was sich stetig verbessert. Wir können alle hinnehmen, wir können eine Botschaft an die Reiter senden. Das ist eigentlich eine ganz nette Verquickung und gibt ein tolles Wiergefühl, dass man eben auch hier auf acht Turnieren im Vorfeld eben Glückwünsche an die Reiter senden kann, eine Botschaft senden kann und damit eine Nähe zwischen den Zuschauern, den Fans und den Reitern herstellen kann. Wir haben wieder den speziellen Familientag am Samstag, der uns natürlich wirklich wichtig ist, weil wir in dieser Region, gerade in dieser Region, wirklich dieses Familienthema auch sehr hoch halten wollen. Von daher vergünstigte Karten und natürlich viele Aktionen rund um die Kinder. Untertitelung des ZDF, 2021 Karten und roman Karten und nöpp crimes